Hey Leute, hier ist der Marc. Willkommen zu einem neuen Container Opening. Es ist endlich soweit. Wir haben 1000 Container angesammelt auf meinen beiden Accounts kombiniert. Wir haben hier 250 Container ca. auf meinen zweiten Account und 750 auf meinen Hauptaccount. Werden dann sogar etwas über 1000 Container sein, die wir hier in einem Video öffnen werden. Außerdem haben wir natürlich jetzt auch die Möglichkeit, alle Container mit einer Taste zu öffnen, was natürlich eine geile Sache ist. Ich habe lange überlebt, wie ich das wirklich machen soll, ob ich alle Container in einem Video öffne und die Container einzeln öffne oder ob ich wirklich die neue Taste drücke, alle Container öffnen und dadurch, dass meine Playstation leider im Hafen seit ein paar Monaten sehr, sehr laut wird, ist es halt wahrscheinlich für euch und auch für mich nicht wirklich angenehm, wenn wir wirklich hier ein 2-3 Stunden Video machen. Deswegen habe ich mich entschieden, hier wirklich alle Container auf einmal zu öffnen. Und wir legen hier, wie gesagt, auf meinen zweiten Account los. Wir haben auf jeden Fall hier 255 Container. Alle Container habe ich mir hier mehr oder weniger erspielt oder durch irgendwelche Belohnungen bekommen. Hier habe ich, glaube ich, keine Container gekauft und dementsprechend erwarte ich jetzt hier auch nicht so die geilsten Sachen. Wir haben sehr, sehr viele tägliche Container. Und ich würde sagen, wir öffnen jetzt hier mal die 255 Container und schauen mal, was drin ist. Es ist vollbracht. Es ist... Oh, wir haben sogar ein Premium-Schiff bekommen. Die Gremiachi. Damit habe ich auf jeden Fall hier überhaupt nicht gerechnet. Also, Premium-Schiff haben wir hier sogar bekommen aus irgendeinem Container, der irgendwann mal gratis war. Richtig, richtig nice. Dann haben wir hier noch zweimal Duplikate für den Madden bekommen. Ein Duplikat für den Halsey. Müller einmal. King, Kate, Dewey und Gibrad. Das sind auf jeden Fall die Kapitäne. Dann haben wir hier noch ein paar Abzeichen bekommen. Dann haben wir 11 Beförderungsbefehle. Knapp 60.000 globale EP. 6 Millionen Kreditpunkte, 4 Tage Premium-Zeit. Dann haben wir hier noch etwas an Tarnungen bekommen. 120, 130 Stück. Und noch einige Booster, die wir hier bekommen haben. Auf jeden Fall ganz nett. Definitiv 255 Container. Aber das Highlight finden wir natürlich auf meinem anderen Account, wo wir jetzt mal direkt reinschauen. So, wir sind auf meinem Hauptaccount eingeloggt. Und 755 Container habe ich hier insgesamt angesammelt. Viele davon natürlich auch freigespielt. Oder durch irgendwelche Belohnungen bekommen. Auf jeden Fall sehr viele Container. Ich habe aber auch noch einige von den Containern mal gekauft. Gerade wenn es ein paar Container im Angebot gab. Und wir haben auf jeden Fall auch noch mal ein paar von den ARP-Containern dabei. Wo wir jetzt hier auf jeden Fall auch noch mal die zwei Premium-Kongos rausziehen können. Außerdem hoffe ich natürlich, dass wir hier vielleicht noch die eine oder andere Premium-Tarnung ziehen werden. Dort habe ich glaube ich noch einige Container aus gewissen Events. Wie zum Beispiel Stellara-Wettkampf. Wo man ja diese Space-Tarnungen kriegen konnte. Auf jeden Fall wird es sehr sehr spannend. Und ich würde sagen, wir öffnen mal direkt alle Container. Ich werde mal vermuten, wir werden hier mehrere Seiten bekommen. Und wie es bei unserem anderen Account aussah, waren die schlechten Belohnungen unten aufgeführt. Deswegen denke ich mal auf der ersten Seite werden die geilen Belohnungen sein. Ich werde wahrscheinlich versuchen, gleich so schnell wie möglich die Seite zu wechseln. Wenn ich die richtige Taste dafür finde. Um dann erstmal die normalen Belohnungen anzugucken. Und die 755 Container werden geöffnet. Sehr sehr nice. Oh, hier kommt auf jeden Fall einiges. Einiges. Wir können hier leider auch noch nichts wechseln. Okay, wir sind auf der letzten Seite. Wir haben auf jeden Fall einiges an Kapitänen bekommen. Was haben wir hier? Hier haben wir natürlich einiges an Boostern bekommen. Von allen Typen. Wir haben hier epische, seltene, normale Booster. Dann haben wir hier sau viele Tarnungen noch dabei. Lasst uns mal überschlagen, wie viele Tarnungen haben wir hier? 180, 230, 270, 280, 400, 500. Ja, fast 1000 Tarnungen würde ich jetzt hier mal grob sagen. Auf jeden Fall sehr sehr nice. Dann haben wir hier nochmal 75 Farbe, 63 Tage Premium Zeit nochmal oben drauf. Wechseln mal zur nächsten Seite. Was haben wir hier nochmal bekommen? 30 Millionen Kreditpunkte gab es jetzt hier insgesamt. Dann haben wir 350.000. Globale Erfahrung. 1,18 Millionen. Kapitäns EP 183. Beförderungsbefehle. 18 Auszeichnungen. Kann man natürlich auch immer gut gebrauchen. Dann haben wir 5 Abzeichen bekommen. 2.138 Dublonen immerhin. Und hier kommt es zu den ganzen Kapitänen. Wir haben 5 Mal den Tenant bekommen. 5 Mal den Aiha Shiro. Dann haben wir nochmal einmal ein Duplikat vom neuen italienischen Kapitän bekommen. 5 Mal den Sims. 5 Mal Trubescoi. 3 Mal Scott. Denn auch nochmal hier Duplikat von einem der neuen ARP Kapitäne. Dann haben wir hier 3 Mal den Takagi. 2 Mal Makarov. 2 Mal Jojja. 5 Mal Yamamoto. 4 Mal Campioni. 5 Mal Burke. Oder Burke. 8 Mal sogar den Von Spee bekommen. Aktuell am meisten auf jeden Fall. 6 Mal Lütjens. 7 Mal den King Kate. 2 Mal Haruna. Dann haben wir noch 2 Mal Tierwilf. 1 Mal Arthas. The Cold. 5 Mal Celiax. 4 Mal Gleaves. 3 Mal den Pickup. 5 Rouge. Dann haben wir 4 Mal Kondo. Und 2 Mal den Von Essen. Und jetzt werden wir auf die erste Seite gehen. Ich hoffe natürlich, dass wir auf jeden Fall eins der Premium Schiffe noch dabei haben. Das wäre auf jeden Fall richtig nice. Und wir wechseln die Seite. Und was haben wir? Wir haben leider kein Premium Schiff bekommen. Das ist natürlich ein bisschen schade. Aber wir haben hier noch mal einige weitere Kapitäne bekommen. Und zwar 3 Mal den Weyern. 5 Mal Gebra. 3 Mal Obueno. 2 Mal Gala. 3 Mal Sansonetti. 3 Mal Lee. 3 Mal Fraser. 1 Mal Baltimore. Dann haben wir hier noch 3 Mal Takao bekommen. 5 Mal Tanaka. 3 Mal von Müller. Dann haben wir 3 Mal den Halsey bekommen. 7 Mal den Madden. 2 Mal von Hippa. Dann haben wir noch 2 Mal Kurita. 4 Mal King. 6 Mal Limonier. 5 Mal Gurin. 4 Mal den Cunningham. 7 Mal Dufene. Dann haben wir 2 Mal Violet bekommen. 5 Mal Gusnetsov. 2 Mal Lyons. Dann haben wir 2 Mal den Geisler. 1 Mal... 4 Mal den Sheer. 1 Mal den Rizzo. Dann haben wir 2 Mal Jellico. 2 Mal Die Revelle. 3 Mal Ketrov. 5 Mal Dewey. 2 Mal Mimbelli. Und zu guter Letzt haben wir 2 Mal Godzilla bekommen. Wir haben hier auf jeden Fall einiges bekommen. Es sieht gar nicht so viel aus. Es sind halt gerade mal 3 Seiten. Weil wir haben natürlich von den Sachen, was wir bekommen haben, halt relativ viel gekriegt. Also allein jetzt hier die 30 Millionen Kreditpunkte. Da will ich wirklich nicht wissen, wie viele Container das insgesamt waren, wo die Kreditpunkte drin waren. Das ist auf jeden Fall einiges und 1000 Container. Wie gesagt, ein bisschen schade, dass wir hier eins der beiden Premium Schiffe bekommen haben. Da hätte ich mich auf jeden Fall nochmal sehr drüber gefreut. Aber da kann man halt nichts machen. Dennoch hat sich das hier auf jeden Fall gelohnt. Ich denke mal, ich bin gleich erstmal beschäftigt und kann erstmal ein bisschen meine Kapitäne, was die legendäre Stufe angeht, ein bisschen upgraden. Und das soll es auch gewesen sein. Kurz und knackig hier in 10 Minuten circa die 1000 Container geöffnet. Auf jeden Fall auch noch einiges an Farbe für mich dabei gewesen. Das heißt, ich kann hier natürlich nochmal wieder die eine oder andere permanente Tarnung für meine Schiffe erstellen. Was natürlich auch nice ist. Und das soll es gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da, ein Abo bei Spitze. Schaut in die Videobeschreibung. Dort findet ihr meinen Twitter-Account, meinen Twitch-Kanal, meinen Discord-Server. Schaut dort gerne vorbei. Ich würde mich freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.